ja mit dem seppi und den max moin und wir spielen das ganze auf realistisch wo machen wir ja warte mal ich bin gerade überlegen welche map das ist tripclub auf jeden fall nicht clubraum auch nicht schlafzimmer schlafzimmer die anderen räumen haben zu viele fenster und eingänge und so weiter einen im recruit wir würden so was von 100 euro dass der recruit afk ist wir haben 100 euro angenommen wir würden so verkacken und nein er ist doch nicht aufkau ich glaube die waren sicherer gemacht die kommen ja schon eines behendet Loll! Juck, realistisch, das ist um einiges schwerer. Oh, gerade! Yo, ich bin schon down. Die Sains-Kämpfer sind eliminiert. Okay. Scheiße. Ganz sehr einfach, uns zu schauen dann. Ja, ich guck mal den Sebi zu. Oh, realistisch ist echt schwer. Alter, was haben die Charakterien gemacht? Das ist noch scheiße. Ja, das kommt durch die Garnate. Oh, die Angst. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Oh, ich höre einen Bomber. Yo, ich auch. Der ist bei dir, Sebi, der Bomber. Ja. Oh, oh. Eben, die können auch von links von dir kommen. Hinter dir. Sebi, links sind die. Die sind hinter dir gewesen. Oh, toll. Die sind durch die Wand gekommen. Gut, gucken wir mal den Max zu. Die Bedrohung wurde eliminiert. Mal sehen, wird der Max hier schaffen. Tür abgesperrt. So ein Ruhrensohn. Ja, der ist die ganze Zeit da drüben. Tür ist sicher. Soll, man kann ein Loch da reinmachen, dann kann man da schon durch. Das wusste ich noch nicht. Die sind bei Max. Zumindest ein paar. Ich höre schon wieder ein Bomber. Ich verarzte dich. Ich verarzte dich. Der hat mich angeschossen. Sein Ernst. Nein, das ist die Streuung von der Shotgun. Ihr müsst die Geisel wieder büten. Und durch die Streuung von der Shotgun habe ich dich auch letztes getötet. Alter, man ist nur 25% Leben. Alter, nicht mehr 5%. Aber die Schilder sind so richtig hässlich. Ja. Loll. Ja, da funktioniert das nicht. Das funktioniert. Da wird nämlich schon ein Ge-Re-Enforced. Pass auf Max, du hast eine Kapkan-Mine, ne? Wenn da jetzt ein Gegner hinkommt und in den Radius reinkommt, ist er auch down. Nice. Ah, Alter. Ah. Realistisch ist es schon schwer auch. Na gut. Diese Folge, die veröffentliche ich nicht. Da bin ich direkt Handy.